Eine Petition sammelte Online-Stimmen, um gegen die angekündigten Rammstein-Konzerte in Berlin zu protestieren. Dann wurde sie von einem Bootnetzwerk angegriffen und musste offline gehen. Drei Tage lang musste die Petition keine Bühne für Rammstein von Britta Hefemeier offline genommen werden. Der Grund? Ein gezielter Angriff eines Bootnetzwerks. Mehr als 60.000 Stimmen wurden innerhalb weniger Stunden mit Boot-Accounts abgegeben. Das Ziel war, die Petition ungültig zu machen und so zu verhindern. Wir wurden boykottiert, sagt Hefemeier im Gespräch mit dem Stern. Zum Glück haben wir es rechtzeitig gemerkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Rammstein-Fans waren. Auffällig seien die E-Mail-Adressen der Bots und die schiere Menge gewesen. Die gefälschten Unterschriften wurden daraufhin gelöscht. Mit ihrer Petition, in der sie die Absage der Berliner Konzerte der Band fordert, macht sich Hefemeier nicht nur Freunde. Sie bekomme Hass von Rammstein-Fans. Bedrohungen, die sie nicht wiederholen will. Doch sie bekommt auch Nachrichten, die ihr Kraft geben und sie ermutigen. Weiterzumachen, von Frauen, die sich bedanken für Hefemeiers Unterstützung und Einsatz. Rammstein-Petition Organisatorin bekommt Hass-Nachrichten und Drohungen. Auch sie hat die Geschichten verfolgt, die etliche Frauen zuletzt in den Medien erzählt haben. Es ging um Vorkommnisse auf Till Lindemanns Aftershow-Partys. Für eine regionale Petition habe sie viel Aufmerksamkeit bekommen, findet Hefemeier. Am Ende kamen knapp 65.000 Unterschriften zusammen. Die Petition hat sie nun an die Berliner Innensenatorin Iris Spranger übergeben. Der Hintergrund. Spranger sitzt im Aufsichtsrat des Berliner Olympiastadions. Und genau dort sollen die Konzerte stattfinden. In Berlin liegt die Konzert-Location also nicht in der Hand privater Veranstalter, sondern in öffentlicher Trägerschaft. Dass der Senat das Konzert absagt, gilt jedoch als unwahrscheinlich, wie die Berliner Morgenpost berichtet. So sagte Spranger, in unserem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Das sei auch auf Rammstein anzuwenden. Sie habe sich dafür eingesetzt, dass es in Berlin keine Aftershow-Partys gäbe, mehr könne sie aber nicht tun.